Und das sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 859. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Witwe steht am Grab und kichert. Ihr Mann war allianzversichert. Diesen alten Karl Lauer hat vielleicht der ein oder andere Nachtzug nach Hamburg-Hörer schon mal gehört. Aber es ist eigentlich ja, sagen wir mal, ein positiver Fall, der hier dargestellt wird, aus monetärer Sicht, dass eben alles halb so schlimm ist, weil die Versicherung zahlt ja. Und damit gibt es zumindest eine kleine Linderung des Schmerzes. Auf den müssen viele Briten zukünftig verzichten. Nicht, wenn es um ihren verstorbenen Ehegatten geht, sondern wenn es um verloren gegangenes Gepäck am sensationell neuen tollen Terminal 5 am Londoner Flughafen Heathrow geht. Denn es sind ja so viele Koffer da abhandengekommen, dass einige Versicherungen gesagt haben, wir streichen dieses Risiko oder diese Policen. Und man kann sich also nicht mehr gegen Gepäckverlust am Terminal 5 sichern. Und das finde ich schon einen dicken Hund, dass die Versicherungen quasi den Ausnahmefall, der ja dort vorherrscht, das kann ja nicht der Regelfall sein, dass die Briten das mit dem Gepäck nicht gebacken kriegen, dass die das zum Regelfall erklären und sagen, es ist nun mal so, wenn man am Terminal 5 abfliegt, da muss man damit rechnen, dass die Sachen wegkommen. Also kann man sich dagegen nicht versichert. Finde ich einen unglaublichen Vorfall, denn man hat es ja als Flugpassagier letztlich gar nicht in der Hand, an welchem Terminal abfliegt. Oder könnt ihr, wenn ihr irgendwo hinfliegt, die Airline zwingen, ein bestimmtes Terminal nicht zu benutzen? Ich glaube nicht, dass das geht, aber jetzt wird es halt auf den Rücken der Reisenden, die eh schon genervt sind, ausgetragen. Übrigens erwischt sie immer mal auch wieder prominente Opfer von Naomi Campbell, habt ihr ja schon gehört, die ist dann leicht ausgerastet. Und neulich hat es auch Kate Moss erwischt, sie hat sich vielleicht nicht so daneben benommen, aber 10 ihrer Koffer sind nicht transportiert worden. Mein Gott, die Frau, ich weiß nicht, was die alles mitnimmt, wenn die auf Reisen ist, aber 10 Koffer finde ich schon sportlich. Also das ist eine ganze Menge. Ich wüsste noch nicht mal, wenn ich jemanden hätte, der mir 10 Koffer hinterher tragen würde, weil alleine kann man das ja auch nicht mehr transportieren, was ich denn da mitnehmen sollte. Selbst wenn ich den Mac hier einpacken würde, inklusive Mischpult und Mikrofon, das würde vielleicht gerade mal einen Koffer füllen. Und was nehme ich sonst noch mit? Dosen mit Nahrung? Eigentlich nicht, darf man ja meistens gar nicht mitnehmen oder einführen. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, für was man es in Koffer braucht, aber vielleicht gibt es ja auch eine sinnvolle Erklärung dafür. Aber von dem Thema in Großbritannien, wo das mit dem Verkehr nicht so richtig hinhaut oder in der Vergangenheit nicht hinhaut, ich glaube mittlerweile sind ja die Probleme soweit einigermaßen gelöst, zu einem Thema hier in unsere schöne, freie und Hansestadt Hamburg. Denn heute ist in Hamburg autofreier Sonntag. Nichts Dogmatisches, wer möchte, darf natürlich nach wie vor seinen Wagen benutzen, wenn er von A nach B möchte. Aber durch ein Sonderangebot des HVV, des Hamburger Verkehrsverbundes, wird es einem natürlich schmackhaft gemacht, das Auto stehen zu lassen. Und ich habe das heute auch genutzt. Nicht nur, dass ich gestern feiern war und dann nach der Feier kostenlos nach Hause zurückfahren konnte, denn das Angebot beinhaltet, dass zwischen 0 Uhr, Nacht, Samstag, Sonntag bis Montagfrüh 6 Uhr, alle Gäste des HVV kostenlos reisen dürfen. Und zwar nicht nur mit der U-Bahn, nicht nur mit dem Bus, sondern auch mit den HVV-Fähren. Denn die Schiffe, Schiffsverbindungen auf der Elbe, die zählen natürlich auch zum Hamburger Verkehrsverbund. Und so kann man beispielsweise schön mit der U-Bahn zu den Landungsbrücken fahren, dann da ins Schiff einsteigen und dann zum Beispiel nach Finkenwerder fahren oder wohin man auch immer möchte zum Dockland. Es gibt viele Möglichkeiten, das ist einfach eine schöne Sache und das kann man heute den ganzen Tag kostenlos nutzen. Jetzt ist es 20 Uhr 28, ich werde es heute nicht mehr nutzen, bin heute den ganzen Tag mit der Bahn rumgefahren, Freunde besuchen, spazieren, alles mit der Bahn. Und das Erstaunliche ist, man glaubt gar nicht als Vollblutautofahrer, als den ich mich vielleicht mal bezeichnen würde, dass das auch funktioniert und Spaß machen kann. Kein Stress, keine Hektik, ich hatte mein Auto hier bei mir zu Hause an der U-Bahn geparkt, ist nur zwei Minuten Fahrt dahin und hab mich dann in die U2 gesetzt und bin dann am Schlumpf umgestiegen. Alles ganz problemlos, hat immer gleich geklappt, die Bahnen waren auf die Sekunde pünktlich, obwohl sie super voll waren, ihr könnt euch ja vorstellen, an so einem Tag wie heute sind die Bahnen natürlich brechend voll, aber es hat astrein funktioniert und ich glaube, das ist auch der Ansatz des HVV, vielleicht einfach zu demonstrieren, wie perfekt sie funktionieren, um den einen oder anderen Autofahrer öfter mal leicht ins Schwanken zu bringen, ob er vielleicht sein Auto doch mal stehen lässt und mit den Öffentlichen fährt. Auf jeden Fall spart man einen Haufen Parkgebühren. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus Überall, wo es Podcasts gibt. Ausgabe von Is Dog mit Malte Asmus